Hast du mich gerade mit dem Schneeball abgeworfen? Würf! Da hin! Jetzt haben wir hier die Steine außen rum. Hör jetzt auf den Schneeball abzuwerfen! Schneeball machen keinen Charme! Trotzdem. Nein, Flo? Pfui! Aus! Böses Flo. Ich brauch mir Steine. Gib mir mal ein paar Steine. Warum die selber? Ich hab' die selber. Boah, was hast du? Ja, das ist so ein Stack. Nö, ich denke, das reicht. Danke. Ja, das wird definitiv reichen. Zack, 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 zack. Nein! Zack, 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 zack. Baum fahren will ich jetzt nicht über Steinen. Über Dachen mit Steinen. Ich glaub', ich glaub', nur den Weg jetzt noch zur Monsterfalle gleich und dann den Weg noch zum Nether-Portal. Wenn ich nicht so viel Stoneslaps übrigens habe. Was irgendwie doch nicht so gut aussieht. Obwohl, doch. Das dürfte ändern. Zack, 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 zack. Haben wir nicht irgendwas, worüber wir reden können, Flo? Ich hab' auch keine Ahnung. Okay. Dann haben wir nichts, worüber wir reden können. Nein! Oh! Oh, das wird knapp mit den Steinen. Ja. Gerade so gereicht. Gut, da fehlt nur noch der Weg. Hat's grad' gelegten kurz, ja, ne? Ja. Okay. Ich glaub', ein Schneemann ist gestorben. An Wasser. Tja. Wo sind die anderen eigentlich? Da ist noch einer? Da ist noch einer? Hier oben gibt's einer? Nein, zwei? Ich glaub' bei der Nether-Farm ist einer. Das ist nämlich so viel Schnee. Hm. Die anderen sind verloren. Ich glaub' es sind ein paar wieder gestorben, Flo. Tja. Zack, 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 zack. Hast du wieder welche getötet? Warum soll ich welche töten? Weil du Flo bist. Um mich zu mobben? Ne, hab' ich nicht. Ich fahr' mir gerade seit hier weiter. Ja, das seh' ich ja nicht. Das weiß' ich ja nicht. Ähm, ich glaub' ein Schneemann wollte durch das Nether-Portal gehen. Ja, dann wird er sterben. Ja. Hab' ich mitbekommen. Hier lag nämlich Schnee. Da ist so ein Schnee bei. Okay. Haben wir nur noch vier Schneemänner. Juhu. Okay, ich glaub' es ist noch einer gestorben. Hier liegt nämlich wieder Schnee. Ich glaub' wir haben kein Glück mit Schneemännern, Flo. Warum ich? Du? Nein, wir. Es ist unsere Map. Unser, unser Let's Play. Du hast die gebaut. Du willst... Nein. Du hattest auch eine gebaut. Ja, um die zu beweisen, dass... ...die man hier bauen kann. Das sind trotzdem unsere Schneemänner. Weil wir müssen das, äh, die Challenge machen. Das ist eine Challenge. Schneemänner bauen. Deine Mutter ist auch so eine Challenge, ey. Nee, das noch nicht. So weit ist es dann doch noch nicht mit ihr. Sie macht nur Pranks. Deine Mutter Pranks. Also, sie heißt... So heißt sie auf YouTube. Oh Gott! Ich will... Hier bitte rauf. Danke. Mann! Flo? Ja? Ach, doch noch da. Okay. Bist du still? Wie weit hast du jetzt gefarmt? Zwei Stacks. Dürfte nicht reichen. Nicht? Meinst du? Nee. Sicher. Hm. Boah, scheiß Creeper, ey. Dein Ernst? Was hat er kaputt gemacht? Nicht viel. Nicht viel sagt mir nichts. So. So, 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 so. So, so, so. Weck dich, du Scheff! Der Creeper muss ja eigentlich rotatreiben, aber nö, er hat kein Bock drauf. Jetzt wirst du sogar schon von Creepern gemopft. So, okay. Äh, genau, ich will gucken. Aua. Okay, was ist das für alt? Das ist reif. Das ist reif. Das ist reif. Das auch. Das auch. Zack, 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 zack und zack. So viel Zuckerrohr. Ich glaube, meine Range ist höher als eigentlich erlaubt. Hm, das Gefühl, meine Range? Ja, es kommt mir nur so vor, okay. Äh, zack. Zu viel verdammtes Zuckerrohr. Zack. Hallo, Schneemann. Ähm. 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 Wie? Ey, ich hatte noch eineinhalb Perzen. Und bin ein Ding gesorgt, dass ich werde überleben, diese fünf Blöcke. Wui. Du hast echt gedacht, du wirst diese fünf Blöcke überleben. Denken darf man doch mal. Nein. Okay. Ich bin bewaffnet mit meinem Schwert. Was hier ist, was da oben abgeht. Da ist gar nichts mehr. Hier fehlt ein Block. Hier fehlen Leitern. Hast du welche dabei? Hier fehlt auch noch ein Block. So viele Blöcke, die hier fehlen. Quepa halt. Ja, jetzt soll ich aber auch zubauen können. Ich habe irgendwo Fehler gesehen. Ich muss da einmal rauf. Bitte. Irgendwo. Es war hier sogar. Hallo. Geh weg. Warum? Was machst du denn? Leangeweiler. Soll ich? Dann verliere ich mir ganz jetzt den Fender. Ja, dann geht's. Oh, Alter, das ist verklost. Jump Master. Jump Master 3000. XDPVP HD. XX. XXX. Das ist nicht dein Ernst. Wie? Langeweiler. Oh Mann. Oh Gott. Was ist das? Da oben sind die Leiter. Warum hast du so eine Leiter? Moment. Weiß ich nicht. Das war close enough, Walter. Ho. Wie er sich ensam gedreht hat. Junge. Du bist ja so oft mal. Wupp. Ja schon. Hier ist noch ein Schneemann gestorben. Wir müssen das Schneemann gerecht bauen hier. Schneemann sicher. Wir wollen irgendwann anders noch mal Schneemänner. Irgendwann. Irgendwie. Irgendwo. Irgendwann. Oh, hier sind auch noch mal ein paar Schneemann gestorben. Oh Mann. Gut, ich hab 23 Cobblestone. Mehr kann ich nicht haben. Ich hab kein Dings mehr. Keine Spitzhacke. Zoom. Lalalala. Treppen. Ne. Leitern steigen. Uh. Yeah. Yeah. Uh. Uh. Yeah. Yeah. Äh. Äh. Also wenn wir hier oben zugebaut haben, dann dürfte ja auch kein Schnee... äh... Eis mehr hinkommen, oder? Ja. Gut. So. Ich hab kein Cobblestone mehr. Oh Gott. Okay. Das hab ich auch noch nicht fertig gebaut. Verdammt. Hm. Cobblestone. Was weißt, ich stell mich auf die gegenüberliegende Seite, Flo. Nachdem ich hier alles aufgesault hab. Farmen. Yeah. Es macht so Spaß. Yeah. Mhm. Yeah. Yeah. Mhm. Yeah. Yeah. Mhm. Yeah. Oh yeah. Yeah. Mhm. Yeah. Yeah. Mhm. Mhm. Du weißt nicht, wie du das die ganze Zeit machen kannst. Ich nehm mich auch nicht auf. Ja gut. Da kann ich mich dann einfach auf K hinsetzen. Da kann ich mich dann einfach auf K hinsetzen. Das wäre die Grafik. Ich hab das genau genommen. Könnte ich mich mal schön über einmal strecken. Die ganze Zeit so weitermachen. Ja. Du kannst auch die ganze Zeit. Dein irgendwas aufs K... Äh... Auf die rechte Nummer aufs Toste klicken lassen. Also legen. Rechte? Linke. Ich stand kurz in dir. Ich war in dir. Ich kann da rein. Kohle? Kohle? Keine Kohle. Kohle. Kohle, 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 Kohle. Äh, schläfst du ruhig noch. Ich wollt. Ach ja. Die Eimer kann ich auch gleich mal wieder wegpacken. Zack, das da hin. Einmal. Yeah. Ach, hattest du neue Setplänge gepflanzt oder hatte ich das noch gemacht? Ich... Ich habe nichts gemacht. Dann hatte ich sogar noch ein paar neue gepflanzt. Ich war nicht der Meinung, dass ich alles komplett neu gepflanzt hab. Ups. Äh. Zack. Okay, ist nichts. Warum fliege ich denn ständig? Ich will ja nicht fliegen. Alter. Hm? Wie schaffst du das immer? Warum... Da muss ich jetzt gerade auch auf. Ich hätte jetzt auch immer aufsammeln können. Okay, eine Schneeballon, wo, hatte ich überhaupt gar nicht auch, okay? Und jetzt mehr Steine? Den Schneeball hab... Den Schneeball hab ich dann aufgehört. So, weil, ja, ich hab mir ein bisschen Stein behalten. Fang. Hast du sie bekommen? Ja. Guck mal, was du machen hast, ist ein echter Killer. Ach, ich dachte, du fällst jetzt runter. Zack. Die... Erste... Hälfte ist fertig. Höh! Ich baue mal die andere. Dann, wenn du hier die Seite baust. Hm. Zack. Ach ja, ich glaub, wir brauchen fürs nächste Mal noch ein bisschen mehr Cobblestone. Ja. Obwohl wir ja gleich fertig sind. Gleich sind wir fertig. Wenn wir das hier geschafft haben, dann können wir auch die Aufnahme beenden. Mh, mh, mh. Och, komm. Mann, meine Maus, was ist denn mit meiner Maus? Ich hab hier grad, nur durch meine Maus, einfach mal sechs Cobblestone falsch gesetzt. Weil meine Maus denkt, ach komm, klick ich mal 50 Mal, wenn Doki einmal klickt. So, ich hab den Cobblestone, ja. Das könnte ich sogar hier noch fertig kriegen. Nein, krieg ich nicht. Komme! Oh, oh Gott. Skiller. Runterzufallen und Schaden zu kassieren, hat nichts mit Skill zu tun. Nein. Runterzufallen und keinen Schaden zu kassieren, hat was mit Skill zu tun, Flo. Aber der nimmt da sehr viel Skill. Ja. Und du nicht, weil du früher zu oft auf den Kopf gefallen bist, oder wie? Einmal. Zweimal. Einmal. Dreimal. Einmal. Viemal. Einmal. Fünfmal. Nein. Doch. Kannst du mal Cobblestone fahren, Alter? Du hörst mir nie beim Cobblestone fahren, was ist denn mit dir? Dein Ernst? Dein Ernst? Einer? Nein. Ich baue den nicht ab. Ich bin gemobbt. Schon wieder. Wer hat wohl das meiste Cobblestone eigentlich insgesamt während du aufgenommen hast gefarmt? Hä? Ich? Natürlich ich, hallo? Du hast ja immer nur irgendwas anderes gebaut. Und die Cobblestone bei mir geschnurrt. Okay, dann geh ich mal mit meinen ganzen Sachen sternen. Mach das. Ich kann mal gucken, wie viele Pilze gewachsen sind. Die wachsen langsam. Einer ist schon gewachsen. Ein roter. Einer? Ja, einer. Ein brauner gewachsen ist, der kenne ich jetzt nicht. Aber ich glaube auch das, ja. Ja, auch ein brauner ist gewachsen, Flo. Zwei haben wir schon mal, die gewachsen sind. Warum stehst du da oben? Weil ich so alle, wie er treffen kann. Musst du nicht. Ich hab hier auch schon. Ach ja. Und sonst so bei euch, Leute. Als Fresh. Ah, Mann. So, ich geh weiterbauen. Ich hab ein bisschen. Was ist denn, Cobbl? Wieso machen wir das Dach nicht einfach aus Slabs eigentlich? Keine Ahnung. Hey, sind schon ein paar Sachen gestorben. Äh, gestorben. Noch einer. Hey, da kommt eine Spinne. Und noch eine Spinne. Und noch eine Spinne. Und ein Creeper. Und noch ein Creeper. Und oh, Gott, ein Creeper. Willst du wirklich gerade da hochgehen oder fertig bauen? Aber wie? Ja. Okay, vielleicht sollte ich es auch nicht machen. Ja, Mann. Das war zu viel. Ich will meine Items wieder. Ich will meine Items wieder. Hey. Ja, das war's.